Ja, herzlich willkommen bei der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft bei der GW Berlin. Mein Name ist Matthias Jähne. Ich bin der Referent für den Bereich Hochschulen und Lehrkräftebildung in der GW Berlin und werde Ihnen heute in einem kleinen Tutorial ein paar Hinweise geben zur Bewerbung und zur Einstellung in das Lehramtsreferenariat in Berlin. Die Veranstaltung richtet sich vor allem an Masterstudierende, die sich jetzt zum 11. August 2022 oder dann zu Ende Januar, zum 30. Januar 2023 für das Referenariat in Berlin bewerben werden oder bewerben wollen. Das ist der Ablauf. Ich sage kurz was zu den Bewerbungsformalitäten, zur Einstellung, zu den Zeitplänen. Ich werde euch dann ein paar Informationen geben zum Geld im Referenariat, zu den Bezügen, zur Krankenversicherung. Das ist ja mal ein beliebtes Thema mit vielen Fragen und Unsicherheiten. Was ist, wenn ich ein Kind bekomme oder in Elternzeit gehen möchte? Kann ich das Referenariat dann trotzdem antreten? Zu den rechtlichen Möglichkeiten einer Beurlaubung kann ich Nebenjobs ausüben im Referenariat in Berlin. Und noch ein paar kurze Hinweise zur Frage, kann ich das Referenariat verlängern oder kann ich es eventuell auch verkürzen? Am Ende sage ich auch ein paar Worte noch zur Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Wir machen viele Informationen zum Referenariat, vieles findet ihr auch frei zugänglich auf unserer Internetseite. Wenn ihr aber eine individuelle Beratung braucht, also zum Geld oder zur Krankenversicherung, zur Elternzeit, dann können wir natürlich diese individuellen rechtlichen Beratungen als Gewerkschaft immer nur für unsere Mitglieder anbieten. Ich sage ausdrücklich vorab, dieses kleine Tutorial richtet sich an diejenigen, die das Referenariat als Lehramtsabsolventinnen dann regulär absolvieren. Es geht hier ausdrücklich nicht um die rechtlichen Fragen zum berufsbegleitenden Referenariat. Stichwort Quereinstieg. Wir werden in einem zweiten Tutorial dann noch etwas zum Ablauf und zur Struktur des Referenariates sagen. Hier geht es jetzt im Wesentlichen um die rechtlichen Fragen. Zur Bewerbung und Einstellung. Ich habe jetzt hier mal die beiden Einstellungstermine, die beiden nächsten genommen. 11. August 22 und 30. Januar 23. Dann immer rot markiert. Bewerbungsschluss für den Einstellungstermin 11.8. ist am 22. März, für den 30. Januar dann am 13. September. Bis dahin müsst ihr euch komplett vollständig bei der Senatsverwaltung für Bildung in Berlin beworben haben. Einfach eingeben Vorbereitungsdienst Berlin, dann kommt man direkt zu der Seite und da könnt ihr alle Bewerbungsunterlagen abrufen. Die Bewerbung muss einschließlich Bachelorzeugnis komplett bis zu den Bewerbungsfristen 22. März oder dann 13. September vorliegen. Es gibt nur eine Ausnahme. Nur das Zeugnis, das Masterzeugnis, Master of Education, darf nachgereicht werden. Grundsätzlich gibt es eine sechs Wochen Nachreichfrist, aber die Senatsverwaltung hat bei den ganzen letzten Einstellungsterminen diese Nachreichfrist immer so weit es geht nach hinten ausgedehnt verlängert. Für den Einstellungstermin 11. August verlängert bis 21. Juli. Und ich bin sicher, dass auch für die Einstellung am 30. Januar diese reguläre sechswöchige Nachreichfrist wieder so weit es geht nach hinten geschoben wird. Ich schätze so bis Anfang Januar 23. Die Senatsverwaltung akzeptiert auch eine Bescheinigung des Prüfungsamtes, aus der hervorgeht, dass alle Studien- und Prüfungsleistungen erfolgreich absolviert wurden und mit einer Note bewertet wurden. Das Zeugnis selbst, also das Dokument, kann dann noch auch nach dem Einstellungstermin nachgereicht werden, aber diese Bescheinigung des Prüfungsamtes muss dann bis zu dem Termin nach Reichfrist 21. Juli oder dann für Januar, je nachdem wann die ist, vorgelegt werden. Wie geht es dann weiter? Die Senatsverwaltung schickt dann allen, die sich fristgerecht beworben haben, einen Zulassungsbescheid, also ein Schreiben, wo dann drinsteht, dass voraussichtlich die Einstellung dann zu dem nächsten Termin, 11.8. oder 30. Januar, erfolgt. Das wird für die Einstellung im August so etwa Mitte Mai sein und für die Einstellung im Januar 23 so etwa Mitte November. Wichtig hier, es gibt in diesen Schreiben per E-Mail immer eine Rückmeldefrist, also bis zu einem bestimmten Tag muss dann zurückgeantwortet werden, ich nehme den Platz an oder ich nehme ihn nicht an. Es ist grundsätzlich kein Problem, erst mal den Platz anzunehmen, wer sich später doch noch anders entscheidet oder in einem anderen Bundesland einen Platz annehmen will oder vielleicht das Referendariat erst zu einem späteren Termin beginnen möchte, teilt das dann einfach der Bewerbungsstelle mit per E-Mail, hält die Bewerbung eventuell gleich aufrecht zum nächsten Termin. Es gibt für diesen Fall keine Sanktionen oder Sperren. Ihr könnt euch dann einfach wieder neu bewerben. Zur Schwangerschaft Elternzeit sage ich dann noch ein paar Worte. Es ist überhaupt kein Problem, auch in Zeiten des Mutterschutzes vor oder nach der Entbindung in das Referendariat eingestellt zu werden. Oder wenn ich sage, ich habe jetzt ein kleines Kind, ich möchte zwar beginnen, aber dann gleich mit der Einstellung oder relativ zeitnah nochmal Elternzeit nehmen. Auch das ist in Berlin möglich. Das verhindert in keinem Falle die Einstellung. Wenn klar ist, ich bin schon im Mutterschutz oder fast im Mutterschutz, wenn es losgeht mit dem Referendariat, zum Beispiel am 11. August, dann teilt das der Bewerbungsstelle mit, dass die Bewerbungsstelle einfach besser planen kann. Ihr müsst aber nicht befürchten, dass ihr dann nicht eingestellt werdet. Wenn ihr dann die Zusage habt und den Platz annehmt, dann müsst ihr noch ein paar Sachen machen. Ihr müsst ein polizeiliches Führungszeugnis erbringen. Das kann man nicht auf Vorrat schon beantragen, weil das, dazu braucht ihr erst den Zulassungsbescheid, weil das das Führungszeugnis zur Vorlage bei einer Behörde sein muss. Dann müsst ihr so eine Erklärung zum Gesundheitszustand abgeben. Es gibt in Berlin schon länger keine regelmäßigen Ansatzuntersuchungen mehr vor der Einstellung in das sogenannte Beamtenverhältnis auf Widerruf oder in das Referendariat. Erklärung zur Neutralitätspflicht, zum Masernschutz kommt dann auch noch dazu. Wie komme ich dann in die Seminare und die Schulen? Die Senatsverwaltung, diese Abkürzung, SenBJF, Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie, weist in Regionalverbünde zu. Das sind immer drei Berliner Bezirke. Zusammengefasst zeige ich auch gleich. Und die konkrete Zuweisung, vor allem dann der Fachseminare und auch der Ausbildungsschule, das machen die Leiterinnen und Leiter der schulpraktischen Seminare, SPS, in den Bezirken vor Ort. Die Einstellung selbst erfolgt dann Ende, also die Information über den Regionalverbund und das konkrete Seminar mit der Einladung zur Einstellung im August, wird dann so etwa Mitte, Ende Juli erfolgen. Und los geht es tatsächlich dann am 11. August oder im Januar, 23. am 30. Januar. Wer in den Kalender schaut, wird ganz schnell feststellen, das liegt ja noch in den Sommerschulferien der 11. August, Donnerstag in der vorletzten Ferienwoche. Da geht es aber auch los. Das ist auch die einzige Ausnahme. Später haben auch alle im Referendariat, wenn Schulferien sind, Schulferien, beziehungsweise unterrichtsfreie Zeit. Nur am Beginn liegt es immer in den Ferien, weil es eine Einführungswoche gibt. Das sind diese vier Regionalverbünde. Das Referendariat ist in diesen vier Regionalverbünden gegliedert, RV1 bis RV4. Und das sind jeweils die drei Bezirke, die dazugehören. Alle Lehramtsanwärterinnen, Referendarinnen, Referendare, die sonderpädagogische Fachrichtung studiert haben, haben einen einheitlichen Seminarstandort nach wie vor in Friedrichshain-Kreuzberg, also im Regionalverbund II. Und zwar sowohl für das Grundschullehramt als auch für die anderen ISS-Gymnasium- und berufsbildende Schulen. Alle, die berufsbildende Fachrichtungen haben, berufliche Fachrichtungen haben, zum Beispiel Wirtschaft und Verwaltung, Sozialpädagogik, Metalltechnik, Elektrotechnik, haben ihren einheitlichen Seminarstandort in Steglitz-Zehlendorf am Innenweg. Ansonsten werdet ihr diesen vier, einen dieser vier Regionalverbünde zugewiesen. Viele wollen ja gerne an eine bestimmte Schule. Bei der Bewerbung selbst könnt ihr keine Wünsche für bestimmte Schulen angeben. Also das macht auch keinen Sinn. Die einzige Möglichkeit, wirklich, ich sage mal, relativ sicher an die Schule zu kommen, an die ich will, ist, sich von der Schule sozusagen anfordern zu lassen. Das muss aber eine Schule sein, wo ihr schon mal wart. Also entweder in einem Praktikum während des Studiums, im Praxissemester oder als Vertretungslehrerin oder in diesem Programm unterrichten für Masterstudierende. Wer also an einer Schule schon war und gern an dieser Schule das Referenariat machen möchte, sollte das dann noch frühzeitig mit der Schulleitung besprechen. Und die Schulleitung wiederum muss euch anfordern, nicht bei der Senatsverwaltung, sondern in dem schulpraktischen Seminar im Schulbezirk. Wir haben auf unserer Internetseite, also gw-berlin.de, unter Adressen auch alle schulpraktischen Seminare für Berlin aufgeführt. Da findet ihr auch die Kontaktdaten. Bis wann muss das passieren, diese Schulanforderung? Für die Bewerbung jetzt zum 11. August. Ist mein Rat bis Ende März, spätestens Anfang April. Und für die Bewerbung im Herbst, für den Einstellungstermin 30. Januar, würde ich das auf jeden Fall empfehlen bis Ende September, Anfang Oktober. Bis dahin sollte die Schule diese Anforderung machen. Es klappt auch nicht immer, dass ihr dann diesem Regionalverbund und der Schule zugewiesen werdet. Aber, ich sag mal, zu 90, 99 Prozent kann man das so ein bisschen steuern. Zum Geld im Referendariat, zu den monatlichen Bezügen. Das ist Beamtenrecht, Besoldungsrecht, weil die allermeisten im regulären Referendariat werden ja für diese Zeit des Referendariats für die Ausbildung verbeamtet, im sogenannten Beamtenverhältnis auf Widerruf. Das ist sozusagen begrenzt auf die Zeit der Ausbildung im Referendariat. Es gibt natürlich auch immer eine ganze Reihe von Kolleginnen und Kollegen, die zwar auch regulär das Referendariat machen, aber nicht verbeamtet werden, weil sie zum Beispiel nicht EU-Staatsangehörige sind, weil sie einen sogenannten Anpassungslehrgang machen. Das ist dann für Menschen, die bereits einen Lehramtsabschluss aus einem anderen Land, in der Regel ihrem Heimatland haben. Und die nicht verbeamtet werden. Aber diese sogenannten Anwärterbezüge, Referendariatsbezüge, gelten auch für die Kolleginnen und Kollegen, die regulär das Referendariat machen, aber nicht verbeamtet werden. Alle, die zum Beispiel über den Quereinstieg berufsbegleitend das Referendariat machen, werden ganz anders bezahlt. Ich sagte am Anfang, das ist heute nicht das Thema. Hier geht es wirklich um das herkömmliche reguläre Referendariat. Die Grundbeträge in Berlin für die einzelnen Lehrämter, also alle im Lehramt ISS Gymnasium, Berufsbündesschule, haben diesen Grundbetrag, diese 1.556 Euro brutto im Monat rund. Und im Grundschullehramt ebenfalls nach A13. Es gibt hier noch einen kleinen Unterschied, der beamtenrechtliche Gründe hat. Aber ansonsten sind die Bruttobeträge auch für diejenigen, die im Grundschullehramt ausgebildet werden, identisch. Im Beamtenbesoldungsrecht gibt es Familienzuschläge, je nachdem, wie der Familienstand ist, für Verheiratete, aber in der Regel auch für Menschen, die zwar nicht verheiratet sind, aber ein Kind im Haushalt mindestens unterhalten, diese 146 Euro. Und dann gibt es jeweils für die Kinder Zuschläge, für das erste und für das zweite Kind, jeweils knapp diese 125 Euro brutto. Und ab dem dritten Kind sind die Zuschläge inzwischen deutlich angehoben worden. Das ist dann auch Teil der Gesamtbruttovergütung, also der Grundbetrag auf der vorherigen Folie plus die entsprechenden Familienzuschläge. Für die Referendarinnen und Referendare gibt es auch eine Jahressonderzahlung nach den beamtenrechtlichen Regelungen, nach den gesetzlichen Vorgaben. Die beträgt grundsätzlich 500 Euro im Jahr. Hauptstadtzulage oder Ballungsraumzulage. Berlin hat Ende 2020 diese Zulage eingeführt für alle Beschäftigten im öffentlichen Dienst. Referendarinnen und Referendare bekommen regulär 50 Euro im Monat. Das ist sozusagen ein steuerpflichtiger Betrag. Ihr müsst es beantragen, aber die Personalstelle überweist erst mal auch ohne Antrag mit den ersten Bezügen diese 50 Euro. Es gibt aber die Möglichkeit, ein VBB-Firmenticket abzuschließen, also bei den Verkehrsbetrieben. Die Senatsverwaltung hat einen Vertrag mit dem VBB. In dem Falle werden dann nicht nur diese 50 Euro steuerpflichtig ausgezahlt, sondern in dem Fall wird dann tatsächlich der wirtschaftliche Gegenwert des Tickets AB steuerfrei gewährt. Das sind zurzeit 55,42 Euro, wenn man das monatlich beim VBB bezahlt. Dieses VBB-Ticket könnt ihr leider nicht schon vorher abschließen, sondern das könnt ihr erst machen, wenn ihr tatsächlich in dem Fall am 11. August dann eingestellt seid. Ihr bekommt die Informationen von der Senatsverwaltung spätestens dann zum Einstellungstermin und dann könnt ihr das beantragen, jeweils ab dem nächsten Monat. Das heißt, ihr würdet dann eben im August erst mal die 50 Euro bekommen im September und dann beantragen, dass spätestens ab Oktober dann das VBB-Firmenticket als steuerfreier Zuschuss überwiesen wird. Zur Krankenversicherung im Referendariat. Das sind jetzt Hinweise für diejenigen, es sind ja die meisten im regulären Referendariat, die verbeamtet werden, verbeamtet auf Widerruf. Wer das Referendariat zum Beispiel im Anpassungslehrgang macht oder nicht verbeamtet ist, muss sich diese nächsten Folien nicht anschauen, weil ihr seid dann sowieso gesetzlich versicherungspflichtig. Ihr müsst euch auch darum nicht kümmern. Ihr müsst natürlich eine Krankenkasse angeben, aber in dem Falle überweist das Land Berlin der Arbeitgeber automatisch die Beiträge zur Krankenpflege und Rentenversicherung und Arbeitslosenversicherung und auch seinen Anteil und euren Anteil. Bei den Beamtinnen und Beamten ist es ein bisschen anders. Beamtinnen und Beamte müssen ja keine Rentenversicherung, keine Arbeitslosenversicherung bezahlen, aber ihr braucht eine Kranken- und Pflegeversicherung. Und da gibt es dann zwei Möglichkeiten. Man kann sich in der gesetzlichen Krankenversicherung ganz normal versichern, in Anführungszeichen freiwillig, weil freiwillig heißt hier nur, ihr müsst euch versichern, aber ihr könntet euch auch privat versichern. Das ist dann die zweite Möglichkeit im Beamtenverhältnis, privat in der privaten Krankenkasse. Was jetzt für euch individuell besser ist, das kann man nicht so pauschal sagen, weil das auch ganz stark davon abhängt, wie sind die individuellen, persönlichen Voraussetzungen. Deswegen kann ich jetzt an der Stelle nur so ein paar Hinweise geben, die ihr dabei beachten müsst, bei der Wahl auch der Krankenversicherung. Beides hat Vor- und Nachteile. Die meisten sind ja auch im Studium gesetzlich versichert. Die gesetzliche Krankenversicherung hat natürlich die großen Vorteile. Es gilt das Solidarprinzip, das heißt der Beitrag in der gesetzlichen ist unabhängig davon, wie alt, wie jung, wie gesund, wie krank ich bin, spielt keine Rolle. Es gibt eine Familienversicherung, also ich kann unter bestimmten Voraussetzungen beitragsfrei Familienangehörige mit in der Krankenversicherung drin haben. Und was viele bei der privaten unterschätzen, bei der gesetzlichen habe ich mit der ganzen Abrechnung, mit den Kosten in aller Regel nichts zu tun. Das heißt, die Rechnung schickt der Arzt an die Krankenversicherung und rechnet das direkt ab. Ich habe als Versicherter, Versicherte damit dann, wenn ich gesetzlich versichert bin, in aller Regel nichts zu tun. Ich habe also auch keinen bürokratischen Aufwand, muss auch nicht in Vorleistung unter Umständen gehen. Der Nachteil bei der gesetzlichen im Beamtenverhältnis war bisher, oder ist es immer noch, dass der Beitrag in voller Höhe allein entrichtet werden muss. Also es gibt nicht wie im Arbeitsverhältnis eine automatische Beteiligung des Arbeitgebers am Beitrag. Aber in Berlin hat sich das ein bisschen entspannt oder sogar deutlich entspannt, weil Berlin seit 2020 auch für die gesetzlich versicherten Beamtinnen die Möglichkeit eröffnet hat, eine sogenannte Pauschale Beihilfe zu bekommen. Das heißt, ist da ein Zuschuss zu diesem Beitrag. Was es damit auf sich hat, erkläre ich gleich noch. Die private Krankenversicherung hat eigentlich den einzigen Vorteil, dass ich mich da nicht zu 100 Prozent versichern muss, sondern ich versichere und bezahle in aller Regel nur die Hälfte des Risikos, also 50 Prozent, weil die andere Hälfte im Leistungsfall, aber auch nur dann der Staat die Beihilfestelle in Form der sogenannten individuellen Beihilfe übernimmt. Also ich mache jetzt mal ein Beispiel. Ich gehe zum Arzt, zur Ärztin, bekomme eine Rechnung nach Hause. Dann muss ich die Rechnung an meine private Krankenkasse einreichen. Die erstattet mir dann die eine Hälfte der Kosten und dann muss ich aber die Kopie der Rechnung noch an die Beihilfestelle des Landes Berlin schicken. Die erstatten dann sozusagen grundsätzlich die andere Hälfte der Rechnung. Das ist dieses Prinzip, private Krankenversicherung mit individueller Beihilfe. Also ich habe auch immer ziemlichen Aufwand damit. Nachteile der privaten liegen auf der Hand. Die private hängt ab vom Lebensalter, vom Einstiegsalter, sie hängt ab vom Gesundheitszustand und ich muss natürlich alles offenlegen. Es gibt keine Familienversicherung in der privaten Krankenversicherung und ich bekomme tatsächlich als Versicherte Versicherter die Rechnung nach Hause oder gleich vom Arzt mit. Das heißt, ich muss selbst bezahlen und dann muss ich mir eben, wie ich es gerade sagte, das Geld von meiner Krankenkasse wiederholen und die andere Hälfte als individuelle Beihilfe von der Beihilfestelle. Und die Beihilfestelle, die erstattet auch erst, wenn eine Bagatellgrenze von, ich glaube, zur Zeit 220 Euro überschritten wird. Also es ist nicht nur etwas Aufwand, wenn man öfter Arztbesuche macht, sondern unter Umständen, wenn es teure Behandlungen, teure Untersuchungen waren, dann muss ich unter Umständen auch Geld haben, um in Vorleistung zu gehen, um diese Rechnung zu bezahlen. Auch der Wechsel zurück nach dem Referendariat, wenn ihr das wollt, dann wieder zurück in die Gesetzgebung zu gehen, kann schwierig werden. Es hängt natürlich jetzt auch ein bisschen davon ab, wenn Berlin die Verbeamtung wieder einführt und ihr unmittelbar auch nach dem Referendariat, nach dem Beamtenverhältnis auf Widerruf, dann verbeamtet werdet, dann kommt ihr aus der privaten Krankenversicherung nicht raus, weil ja keine gesetzliche Versicherungspflicht entsteht. Da beraten wir aber auch als GEW unsere Mitglieder, was dann eine günstige Wahlmöglichkeit ist, anhand der individuellen Voraussetzungen. Ich sagte es bereits, Berlin hat Anfang 2020 für die Beamtinnen und Beamten eine sogenannte pauschale Beihilfe eingeführt. Rechtsgrundlage seht ihr hier, Landesbeamtengesetz. Das bedeutet, dass Berlin auf Antrag die Hälfte, 50 Prozent des nachgewiesenen Krankenversicherungsbeitrags übernimmt als sogenannte pauschale Beihilfe und mit den monatlichen Bezügen auszahlt. In der Pflegeversicherung, da ist ja der Beitragssatz 3,05 Prozent. Da müssen Beamtinnen und Beamte ohnehin nur in Anführungszeichen den halben Beitragssatz entrichten, 1,525 Prozent. Das heißt, das wird dann nicht noch mal zusätzlich erstattet. Und das war auch bisher schon so. Hier geht es um die pauschale Beihilfe, 50 Prozent des Krankenversicherungsbeitrags. Diese sogenannte pauschale Beihilfe wird nicht automatisch überwiesen. Die müsst ihr tatsächlich beantragen. Und der Antrag ist nicht rückwirkend möglich, sondern er wirkt immer auf den Folgemonat, also auf den Monat, der auf die Antragstellung folgt. Das bedeutet, wer im August, am 11. August 2022 mit dem Referendariat beginnt, sollte, muss unbedingt im Monat Juli beim Landesverwaltungsamt diesen Antrag stellen auf pauschale Beihilfe, damit dann auch ab August, ab Referendariatsbeginn, diese pauschale Beihilfe gewährt werden kann. Natürlich dann rückwirkend, weil das ja alles bearbeitet werden muss. Aber auf jeden Fall im Monat vor Beginn des Referenderärztes den Antrag stellen. Die erforderlichen Nachweise über die Höhe eures Krankenversicherungsbeitrags in der gesetzlichen Krankenversicherung und auch die Personalnummer, die könnt und müsst ihr später nachreichen. Es geht hier nur darum, dass der Antrag fristgerecht gestellt wird. Ausführliche Informationen findet ihr auf unserer Internetseite unter dem Link beziehungsweise unter dem QR-Code. Schaut euch das in Ruhe an und dann trefft eine Entscheidung. Thema Schwangerschaft, Elternzeit. Ich hatte ganz am Anfang gesagt, es ist in Berlin überhaupt kein Problem, eingestellt zu werden, auch bei Schwangerschaft, auch in Mutterschutzzeiten oder wenn ich unmittelbar nach der Einstellung noch Elternzeit nehmen möchte. Die normale Antragsfrist für Elternzeit beträgt sieben Wochen vor Beginn der Elternzeit. Also wenn es um die Mütter geht, dann ist klar, die Elternzeit beginnt ja erst nach der Mutterschutzzeit im Anschluss an die Entbindung. Regelmäßig mindestens acht Wochen, das heißt spätestens eine Woche nach der Entbindung müsstet ihr dann die Elternzeit anmelden. Und wenn klar ist, ich möchte eingestellt werden am 11.8. aber gleich in Elternzeit gehen, das Kind ist schon da oder auch die Väter sagen, ich möchte noch Elternzeit nehmen, dann beantragt diese Elternzeit oder meldet sie an, sobald ihr die Zusage von der Senatsverwaltung für die Einstellung am 11.8. habt. Wenn das Kind schon ein bisschen älter ist, also zwischen dem dritten und achten Geburtstag, dann ist die Anmeldefrist für die Elternzeit 13 Wochen. Zum Geld bei Schwangerschaft-Elternzeit jetzt im Beamtenverhältnis, das ist hier ein bisschen einfacher, Beamtinnen bekommen immer ihre vollen Bezüge, auch in der Mutterschutzzeit, also ihr braucht kein Mutterschaftsgeld irgendwie beantragen, weil das einfach nicht notwendig ist, genauso wenig wie Krankengeld von der Krankenkasse, sondern ihr bekommt eure Bezüge immer in voller Höhe ausgezahlt. Und wenn das Kind dann da ist, ab dem ersten des Geburtsmonats auch den entsprechenden Familienzuschlag für das Kind. In der Elternzeit selbst, das ist wie in jedem Arbeits- und Dienstverhältnis, das ist natürlich eine Beurlaubung ohne Bezüge. Euch steht da eben natürlich das bundesstaatliche Elterngeld zu, aber das ist ja nicht Teil der Referendarbeitsbezüge. Auf diese Sache möchte ich noch aufmerksam machen. Es gibt nicht wirklich viele Möglichkeiten, ich sage jetzt mal salopp, eine Pause im Referendariat zu machen, also im laufenden Referendariat. Wer natürlich länger krank ist, ist krank, passiert nichts. Diese Möglichkeit, dafür haben wir als GEW vor 2014 lange gekämpft, dass es überhaupt so eine Möglichkeit gibt, sich auch mal beurlauben zu lassen im Referendariat. § 6 Absatz 8 der Verordnung Vorbereitungsdienst und Staatsprüfung, diese Abkürzung VSLVO, Sonderurlaub ohne Bezüge. Also das heißt, ihr würdet dann drinbleiben im Referendariat, aber kein Geld mehr bekommen. Das kann beantragt werden einmal bis zu zwölf Monate lang. Und zwar aus diesen drei Gründen. Ich habe ein Kind, Kinder unter 18 Jahren, also Elternzeit ist nicht mehr möglich, aber das Kind muss natürlich trotzdem betreut werden. Ich pflege, pflegebedürftig Angehörige oder bei einer eigenen Behinderung. Das sind die drei Gründe. Und ein bisschen problematisch ist die lange Antragsfrist für den Sonderurlaub. Die beträgt zehn Wochen vor Beginn der Beurlaubung. Das heißt, ihr müsst euch dann schon relativ früh überlegen, wenn ihr einen Sonderurlaub beantragen wollt. Und dieser Antrag kann tatsächlich nur einmal gestellt werden, bis zu zwölf Monate lang. Ihr könnt also nicht sagen, ich beantrage erst mal sechs Monate und dann stelle ich einen Antrag auf Verlängerung. Das wäre nicht möglich. Thema Nebentätigkeiten. Hier gelten leider die Strengregelungen aus dem Beamtenrecht. § 62 folgende Landesbeamtengesetz. Das ist also für Beamtinnen immer notwendig. Erstens, dass ein Antrag auf Genehmigung einer Nebentätigkeit gestellt wird. Also ihr müsst immer einen Antrag stellen. Bei der Hauptseminarleitung und müsst auf die Genehmigung warten. Und die Genehmigung wird in der Regel nur erteilt für Nebentätigkeiten in einem sehr geringen Umfang. Und zwar im Schnitt vier Wochenstunden, also vier Zeitstunden pro Woche. Nicht Unterrichtsstunden, tatsächlich Wochenstunden. Viel mehr werdet ihr da auch nicht machen können bzw. genehmigt bekommen. Häufige Frage, ich bin noch eingeschrieben an der Uni oder will mich jetzt nicht exmatrikulieren. Ich habe noch das Semesterticket für den nächsten Monat oder für dieses Semester. Oder schreibe mich zur Promotion ein. Das ist unproblematisch. Das ist keine genehmigungspflichtige Nebentätigkeit, sondern ein paralleles Studium oder eine Einschreibung als Studierende, auch zur Promotion, ist lediglich anzeigepflichtig. Also das bedeutet, ihr braucht das nur kurzschriftlich mitteilen im Hauptseminar. Es kann aber nicht abgelehnt werden und ihr müsst da auch nicht auf irgendeine Genehmigung warten. Das Referendariat dauert ja grundsätzlich 18 Monate in Berlin. Es wird aber unter bestimmten Voraussetzungen verlängert. Und zwar immer dann, wenn ihr insgesamt mehr als sieben Wochen, mehr als 49 Kalendertage nicht im Dienst sein konntet. Zum Beispiel, weil ihr krank wart, weil ihr in Mutterschutz wart, Elternzeit genommen habt oder Pflegezeit oder weil ihr von dieser Sonderurlaubsregelung Gebrauch gemacht habt. Also wenn solche sogenannten Abwesenheitszeiten vorliegen und die sieben Wochen insgesamt überschreiten, dann wird das Referendariat um die gesamte Abwesenheitszeit in Anführungszeichen verlängert. Das muss nicht am Stück sein. Also wer jetzt mal eine Woche krank, drei Wochen krank und so weiter und wenn dann irgendwann die sieben Wochen überschritten sind, dann muss die Personalstelle ein neues individuelles Ausbildungsende festlegen unter Berücksichtigung dieser gesamten sogenannten Abwesenheitszeiten. Es gibt im Moment noch eine Sonderregelung, die wird vermutlich auch verlängert werden aufgrund der Pandemie. Da gibt es ja häufig die Situation, dass bei Quarantänemaßnahmen oder anderen Sachen, Schulschließungen gibt es im Moment nicht, aber gab es ja, dass dann die Kolleginnen und Kollegen trotzdem im Referendariat sind, aber nicht in Präsenz unterrichten können. Da gibt es in den Sonderregelungen auch eine Möglichkeit auf Antrag, dann um diese Zeit des Nicht-Präsenzunterrichts zu verlängern. Das habe ich jetzt hier nicht mit aufgenommen. Das muss aber dann tatsächlich beantragt werden. Ansonsten, wenn es richtige Abwesenheitszeiten sind, zum Beispiel ich war krank, ich war in Elternzeit und so weiter, dann muss das nicht beantragt werden. Dann muss die Personalstelle das automatisch machen. Letzter Punkt, Verkürzung. Es gibt seit 2021 in der Verordnung Vorbereitungsdienst und Staatsprüfung, § 6 Absatz 5, wieder eine Möglichkeit der Verkürzung, und zwar durch die Anrechnung von Unterrichtserfahrungen vor dem Referendariat oder, wie bisher auch, durch Fremdsprachenassistenzen, die ich im Ausland gemacht habe. Zu diesen Unterrichtserfahrungen. Es ist nicht festgelegt in der Verordnung, in welchem Umfang ihr da unterrichtet haben müsst, wie lange das gewesen sein muss. Die Senatsverwaltung geht in der Praxis davon aus, es sollte mindestens ein Monat sein. Unterrichtserfahrung, also alles, was darunter ist, schwierig. Maximal sechs Monate können angerechnet werden. Also wer jetzt zum Beispiel im Studium schon im Rahmen dieses Programms unterrichtend im Masterstudium oder ganz normal befristet als PKB in Vertretungslehrkraft gearbeitet hat, kann sich das anrechnen lassen, maximal sechs Monate. Das Praxissemester wird nicht angerechnet, sage ich gleich ganz ausdrücklich. Der Vorteil ist, ihr müsst es nicht vorher entscheiden. Ihr müsst jetzt nicht schon bei der Bewerbung einen Antrag auf Anrechnung oder Verkürzung stellen, sondern über den Antrag entscheidet die Hauptseminarleitung nach dem Ausbildungsstand. Das heißt, die wollen euch natürlich erst mal sehen, auch im Unterricht sehen. Und für euch ist es natürlich auch gut, erst mal selbst ein Gefühl dafür zu bekommen, schaffe ich das auch in einer kürzeren Zeit. Weil das Programm, vor allen Dingen das Modulbausteinprogramm und die Prüfungen bleiben natürlich dieselben. Ihr habt dann einfach ein bisschen weniger Zeit zur Verfügung. Insofern muss das gut überlegt sein, ob es sich tatsächlich lohnt, zu verkürzen und diese sechs Monate maximal, weil das kann auch zu deutlich mehr Stress führen. Es gibt keine Antragsfrist für diesen Antrag auf Verkürzung. Also ihr könntet rein theoretisch auch noch nach Abschluss der Staatsprüfung, nach dem individuellen Prüfungstermin, so einen Antrag stellen, wenn ihr früher raus wollt. Das ist alles möglich. Wer das Referneat berufsbegleitend macht, will ich an der Stelle noch mal deutlich sagen, kann nicht verkürzen. Das ist ausdrücklich ausgenommen. Da gibt es keine Anrechnungsmöglichkeit. Das waren jetzt ein paar wichtige Hinweise, die auch bei mir immer wieder in der Beratung auftauchen. Die fragen, was ist, wenn ich das Referneat antreten will. Ich werde in einem zweiten Tutorial euch dann ein paar Informationen geben zur Struktur des Referendariats, zum Ablauf, zur Staatsprüfung, Zusammensetzung der Staatsprüfung. Hier ging es jetzt im Wesentlichen um die Bewerbung und um so ein paar rechtliche Hinweise. Ja, zur GEW Berlin noch drei Worte. In der GEW Berlin, wir sind ja die größte Organisation im Bildungsbereich, die organisiert beschäftigte Studierende im Prinzip von der Kita bis zur Hochschule. Im Referendariat haben wir immer, ich sage mal im Schnitt 60 bis 70 Prozent der Kolleginnen und Kollegen, die auch in der GEW Mitglied sind. Und das lohnt sich auch. Es ist, weil wir da natürlich auch viel bewegen können mit einem hohen Organisationsgrad. Und ihr habt in der GEW Mitgliedschaft immer den Rechtsschutz natürlich enthalten, Arbeitsrechtsschutzprüfungsangelegenheiten, aber auch die sogenannte Berufshaftpflicht und Schulschlüsselversicherung. Die gilt auch schon bei Praktika, zum Beispiel im Praxissemester, wo ihr ausdrücklich nicht von der Uni und auch nicht von der Senatsverwaltung versichert werdet. Wenn zum Beispiel der Schulschlüssel verloren geht, das ist immer automatisch in der Mitgliedschaft der GEW mit enthalten. Und die Beiträge sind, wir haben Sonderbeiträge für bestimmte Gruppen, für Studierende sind es nur 2,50 Euro im Monat. Gilt im Übrigen auch, wenn ihr noch eine studentische Beschäftigung habt an der Uni oder als Vertretungslehrkräfte arbeitet während des Studiums oder in dem Programm für Masterstudierende im Referendariat, ist es dann auch ein Sonderbeitrag, da sind es nur 4 Euro. Also ich kann euch nur empfehlen, überlegt euch eine GEW-Mitgliedschaft, ihr seid dann nicht nur besser geschützt in diesen Bereichen, sondern ihr seid auch einfach viel besser informiert, weil wir natürlich unsere Mitglieder dann gerade auch in dieser Übergangsphase, Studium, Referendariat, Referendariat und dann Berufseinstieg immer regelmäßig informieren und natürlich auch individuell beraten. Meine Kontaktdaten, wenn ihr Fragen habt, auch wenn ihr jetzt noch nicht in der GEW seid, könnt ihr euch gerne an mich wenden und wir werden ja am 17. Mai 2022 um 17 Uhr auch die nächste Online-Info-Veranstaltung zum Referendariat machen, wo dann auch Fragen gestellt werden können. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und für die Geduld und ich verabschiede mich.